Howdy Leute, IMF Tacker hier und heute ist wieder Xur-Tag. Der Gute steht auf der ETZ, wie immer, gewundene Bucht, hinporten, nördliche Richtung und dann entweder durch das Höhlensystem oder da könnt ihr die Vorsprünge hochspringen. Ganz kurz, letzte Woche war es halt nicht wegen dem Dungeon, ja immer bei Day One Raids und bei Dungeon, wenn das neu kommt, da gehe ich eigentlich immer direkt rein, deswegen gibt es da kein Xur, ansonsten aber wie gehabt. Jetzt möchte ich ganz kurz eine Sache aussprechen, eine Kaufwarnung. Ja, ich hatte mir eigentlich, hatte ich mich heute Vormittag hingesetzt, ein Video schon angefangen dazu, aber ich war dann einfach so platt von der Woche, dass ich es einfach nicht zu Ende gebracht habe, mich da einfach hingelegt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil seit Season Start war jetzt auch viel mit Arbeit und hier Content machen und dies und das und andernas. Kauft auf jeden Fall nicht The Day Before, ja, an die PC-Spieler, das Spiel, was hier jetzt so, wo die ganze Zeit so ein Medienrummel drum gemacht worden ist, ist es Scam oder nicht? Und dann haben die ja jetzt noch einen Tag vor Release gesagt, ey Leute, wir wissen eure Kritik und so, wir haben das aufgenommen, aber ihr werdet es noch bereuen, spielt es einfach, dann werdet ihr sehen, wie toll das ist. Kauft das um Gottes Willen bloß nicht. Ich habe es zwei Stunden gespielt, habe dann mein Geld zurückerstattet bekommen von Steam, Gott sei Dank, ich habe dann sofort das Ganze wieder zurückgegeben, hat auch funktioniert. Kauft es bloß nicht. Bitte tut mir den Gefallen, kauft es nicht, denn es ist tatsächlich ein Scam. Ja, es ist ein absolut unfertiges Spiel, katastrophaler Zustand, kauft es bitte nicht, ja, wir brauchen nicht noch ein unfertiges Spiel und das ist schon wirklich unverschämt, was sie den Leuten da für 40 Euro andrehen wollen. So, dann heute Abend wird gestreamt, ja, ich denke, ich werde den Dungeon mit euch laufen, also Leute, die noch nicht in den Dungeon gelaufen sind, guckt gerne vorbei heute Abend im Stream bei mir, auch auf Twitch einfach ganz genau mit Taka. Ja, ich werde wahrscheinlich auch nochmal das ein oder andere Draconis-Emblem verlosen und ich würde sagen, let's go. Schauen wir mal, was der Gute hat. Was haben wir da als Exo, wir haben Milliarde-Hase, ein Scout-Gewehr, was sehr ätzend ist im PvP. Hier ist es so, verkettete Präzisionsschüsse, um für deinen nächsten Körperschuss Bonusschaden zu erhalten und damit Munition ins Magazin zurückgewandert. Das kam dann irgendwann noch dazu, ja, das Ganze ist ziemlich nervig, ist auch sehr, sehr stark. Ja, es gibt so Leute, die spielen das ganz gerne vom Spawn aus. Ja, wenn ihr auch dieser Typ Spieler seid, dann solltet ihr das mitnehmen, wenn nicht, dann nicht. Ist jetzt nichts, was man unbedingt braucht, ist auch jetzt nicht im PvP eine Meta oder sowas, aber es ist doch schon sehr, sehr nervig, wenn die Leute damit irgendwo rumstehen. So, Ophidia Sparta, ja, hier ist es so, erhalte ein zweites Messer pro Ladung. Wenn du einen Todesstoß mit einem Wurfmesser versetzt, erhalten hintereinander geworfene Messer einen temporären stapelbaren Schadensbonus. Waghalsiges Ausweichen aktualisiert den Bonus-Timer. Das ist eins der Exos, was diese Season, hier der letzte Part, als Rework quasi gekommen ist. Ich habe da noch nichts mit gebaut jetzt tatsächlich, mal in der Vergangenheit. Werden wir aber, glaube ich, mal machen. Kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, gut, Stats sind jetzt so. Wir haben auf jeden Fall Mobi drauf, wir haben Belastbarkeit drauf. Wir haben ein bisschen Stärke drauf, wobei den Melee können wir uns auf dem Jäger über den Dodge zurückholen, ja. Ich sage mal, es ist alles so ein bisschen überall verteilt, aber es ist grundsätzlich okay. Ja, man kann mit dem Roll arbeiten, wenn man andere gute Rüstungsteile hat. Deswegen könnt ihr das, wenn ihr es gar nicht habt, könnt ihr es mal mitnehmen. Und denkt dran, wenn ihr hier was kauft und ihr habt es dann in der Sammlung, könnte man es bei Raoul dann auch neu fokussieren. So, unüberwindbare Schädelfeste. Hier ist es so ein Exo für den Titan, wo wir mit den Akkus Nahkampfkills Gesundheit und Nahkampfenergie zurückbekommen. Und zwar die vollen. Ja, das heißt, ihr macht einen Kill mit dem Melee und der Melee ist sofort wieder da. Da könnt ihr einmal, könnt ihr es mit dem Donnerknall machen. Ihr könnt es aber auch mit dem Shoulder Charge machen. Auf jeden Fall witzig. Ich habe damals mein Krota-Trio, habe ich das tatsächlich gespielt. Ich meine, es war jetzt nicht schwer oder sowas, ja. Aber da bin ich auch die ganze Zeit da rumgedasht und habe einfach nur die ganzen Ads gekillt. Kann man auf jeden Fall spielen. So, ist eher so ein Fun-Bild, würde ich sagen. Also, ist jetzt nichts, wo ihr im GM mit durchbrettern könnt. Aber es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall witzig. Und Stats-mäßig haben wir hier eigentlich perfekte Stats. Wir haben Belastbarkeit drauf, ja, die wir haben wollen. Und wir haben Stärke drauf für den Melee. Also, von daher ist das schon eigentlich ein dezenter Roll. Und den könntet ihr mitnehmen. So, Schädel des schrecklichen Armkarrer. Nova-Bomben-Kills gewähren super Energie. Seit das Ding damals genervt worden ist, ist das eigentlich nicht mehr viable. Und ich kann das auch keinem empfehlen, das zu spielen. Bietet zusätzliche Schadensresistenz während der Nova-Bombe. Nova-Bomben-Kills gewähren super Energie. Ja, das ist ordentlich genervt worden. Generell, die ganzen Exos, die super Energie zurückgeben, sind ja gecappt worden auf 50%. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier auch auf 50% ist oder sogar noch weniger. Kann ich euch gar nicht sagen, weil das Ding habe ich ewig nicht mehr gespielt, ewig nicht mehr angefasst. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der das jetzt sagt, der spielt das und das funktioniert irgendwo in so einem Content wie irgendwelche normalen Schlachtfelder, wo du dann da 500 Ads auf einmal mit killst oder sowas. Aber grundsätzlich ist das jetzt fürs Endgame, ist das nix. Und wie wir hier sehen, mit der 18-Mobilität da drauf, ist das Stats-mäßig natürlich auch extrem schlecht. Ja, also, wenn ihr es gar nicht habt für die Sammlung zum Komplementieren, okay, ansonsten kann ich euch das nicht empfehlen. So, dann haben wir hier Falschversprechen. Feuerrate 360, durchschlagende Gehäuse, schlechteste Archetypen meiner Meinung nach für Automatikgewehre. Von daher ist das Ding hier sowieso schon mal Rotz. Und Underdog und Toben, das ist jetzt auch nix, was ihr braucht. Normalen Content würde das funktionieren, aber für alles andere auch nicht. So, kalte Verweigerung ist ja quasi das Puls, was wir jetzt dieses Season nochmal reinbekommen haben, den Reskin. Hier mit Gefahr erkannt und Haudegen und High Caliber und Range Masterwork ist tatsächlich sogar ein relativ dezenter PvP-Wall, würde ich jetzt sogar glatt behaupten, dass man das so spielen könnte. Es gibt sicherlich bessere Perks da drauf hier. Aber ich sage mal, alleine schon mit den Großkalibergeschossen, die halt dafür sorgen, dass eure Gegner mehr Flinch bekommen und Range Masterwork ist das eigentlich schon dezent. Aber ist jetzt auch nichts, was ich sagen würde. Wir haben mittlerweile so viel Pulsgewehre, den Shit hier, den braucht er echt nicht. Genauso hier das Rechtshandeln, ja nochmal hier ein durchschlagendes Gehäuse mit Underdog und Toben, auch das braucht ihr auf keinen Fall. Oh, eine kathesische Koordinaten. Jetzt immer wieder werde ich gefragt im Stream, ey Mifty, was ist das für ein Fusionsgewehr und der Roll und so weiter. Jetzt ist das hier leider kein guter Roll. Also das wäre jetzt sogar eher so ein PvP-Ding, also zum Beispiel die Kombination hier. Kein PvE-Ding, sondern eher ein PvP-Ding, aber auch dafür ist es jetzt nicht gut genug und da gibt es auch bessere Fusionsgewehre. Ja, schade eigentlich, schade eigentlich. Der Roll ist nicht gut, ja, aber vielleicht, wenn das jetzt mal, vielleicht hat das ja irgendwann dann doch nochmal mit einem vernünftigen Roll dabei, dass ihr dann auch dieses Fusionsgewehr bekommt. So, dann haben wir hier die Ecolos-Pumpe, ja, die kann wahrscheinlich, also die meisten, die aktiv gespielt haben, können die sich sowieso craften. Viele nehmen die für One-to-Punch-Builds oder sowas. Ja, hier mit Weißglün und Firenstrike, das brauchen wir auf keinen Fall, ja. Weißglün könnte man für PvE spielen, weil die immer noch dezent vom Schaden sind, die Pellet-Shotguns, ja. Es gibt auf jeden Fall schlechtere Spezi-Waffen-Alternativen, aber den Roll hier würde ich euch jetzt auch nicht empfehlen, das ist jetzt nichts, was ihr kaufen müsst. Die einzige Sache, ja, was ja auch letztens einer gesagt hat, mit der Ecolos-MP zum Beispiel, sagen wir euch, würden davon jetzt nur ein Bauplan fehlen oder zwei. Ja, bei fünf würde ich jetzt schon sagen, ah, okay, lohnt es jetzt eigentlich nicht, dafür spielt man die Pumpe nicht so oft. Ihr könntet die kaufen und könntet natürlich eine Tiefenblick-Resonanz drauf machen mit eurem Tiefenblick-Harmonisierer und könntet dann quasi dadurch einen Bauplan freischalten. Würde funktionieren, aber, ja, wir haben einige Pumpen, die Krota-Pumpe, könnt ihr auch als One-to-Punch-Pumpe spielen, ist zwar ein anderer Slot. Ich glaube, es ist der Kinetic-Slot, aber, ja, gibt auch einige andere, die Reue los damals von der Libertan und so weiter und so fort. So, Interferenz hier mit Clown-Patrone, Spitzgranaten und Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, gar nicht mal so schlecht der Wall, Damage-Wall. Allerdings kann ich euch zu dem Granatwerfer jetzt auch nicht wirklich was sagen. Wir haben mittlerweile so viele gute Granatwerfer mit Locken und Wechseln, den Twiles-Granatwerfer, den Wendigo und so weiter und so fort mit Explosive-Light. Ich denke nicht, dass der hier sich besser schlagen wird, deswegen empfehle ich das jetzt erstmal nicht, aber grundsätzlich ist es ein einigermaßen dezenter Wall, muss man ganz ehrlich sagen. So, und dann haben wir hier nochmal Erinnerungsband mit Spitzgranaten, Selbstlader und Störfaktor. Das braucht auch kein Mensch. So, bei den Rüstungen haben wir hier die Handschuhaufenthalten mit Erholung, Intellekt und Stärke. Und ein bisschen Belastbarkeit, das wäre tatsächlich dezent für PvP, ja, für ein PvP-Bild. Hier haben wir 67, allerdings zu viel Mobilität drauf. Dann haben wir hier nochmal 63, zu viel Mobilität drauf und hier auch wieder zu viel Mobilität drauf. Wir haben eine Falkenmode mit Fixer Zug, ja. Spielen wahrscheinlich die meisten eh nicht mehr, weil viele spielen dann doch irgendwelche Exos im PvP, die Handhabung geben. Fixer Zug ist auch genervt worden, ja. Ich denke nicht, dass das noch viel gespielt wird. So, und dann gucken wir mal ganz kurz auf den anderen. So, was haben wir denn hier auf dem Warlock? So, auf dem Warlock haben wir... Ach, das ist Eisenbanner, sorry. So, da haben wir 62 mit 23 Mobi, natürlich nein. Dann haben wir hier 64 mit Belastbarkeit und Stärke, ja, wäre für ein Mini-Bild, für PvE okay. Dann haben wir hier 22 Mobilitäten, nein, danke. Und 20 Mobilität, nein, danke. Warum auch immer diese skurrile Stat-Verteilung immer so kommt. So, dann haben wir auf dem Jäger, haben wir hier 67. Full Stärke, Mobi, Belastbarkeit, Erholung. Ja, könnte man sicherlich irgendwo mitarbeiten, ja, für Mini-Bilds oder sowas. Aber das Ding ist, die meisten, ja, nicht alle. Zum Beispiel mit Ophelia Sparta könnte man da zum Beispiel was bauen, ja, tatsächlich. So, dann haben wir hier 63, ja, das braucht ihr nicht. Haben wir hier auch nochmal 63, Belastbarkeit und Disziplin und ein bisschen Intellekt, nein. Und dann haben wir hier auch nochmal 63. Ja, grundsätzlich, also da könnt ihr auf jeden Fall schon bessere Rüstung fokussieren. So, ja, das war's, Leute. Wie gesagt, wir sehen uns heute Abend im Stream. Hoffentlich, ja, wenn ihr Bock habt, kommt einfach mal vorbei. Rennen wir ein bisschen in den Dungeon oder sowas. Schau mal und denkt dran, Leute. Kauft nicht The Day Before. Tut mir bitte den Gefallen. Gebt euer Geld dafür nicht aus. Alles klar, Leute, bis später. Ich wünsche euch ansonsten, falls wir uns nachher nicht im Stream sehen, schönes Wochenende oder viel Spaß beim Eisenbannern, wie auch immer. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao.